ich sehe den falschen jetzt die stürzen aber runter jetzt die ach so die gehen auf all in verstehe vielleicht habe ich zu früh gezogen unter mir fährt auto was das für ein skin alter ohne weiteres die großen häuser zettel auch dann springen wir hierhin vorne vorne am auto also sie sind alle an der straße von drei rucksack gelandet so passt ihr zu mir und die hauen ab ich komme jetzt kommen in eine richtung dragon auf würde ich mehr snacken wirken als kreis wegwerfen ok gott wo gehen wir jetzt hin zur stadt hier ist ja gar nicht auf dem berg oder da an der straße ja den berg den wollen viele ja können wir hier so ein bisschen rumpimmeln also rummuscheln um in frauen sprech zu bleiben und sie muschelt rum und du muschelt rum ich habe nie ein vierer gespielt weil das immer so ein scheiß skop war bis wir das geändert hatten ein vierer ah kontakt kontakt 220 steht komplett still 220 seht ihr den typen bei ping ja zu schießen also wenn er noch mal still steht feuer frei war jetzt steht er still er war bestimmt nicht alleine links links hinter uns da ist action wie wir kam noch zeit also denke auch dass wir hier gar nicht so schlecht aufgehoben sind aber ab und zu nach hinten gucken da oben musst du aufpassen hier bei den häusern sonst hast du gleich wieder brust du brauchst du vorpausten spielen hier bei den game hab die kritik so sehr sehr wohl verstanden weil ich seine kiste hier hat ein auto sogar ihr habt hier der turtle kündigt natürlich hier kommen mit 6er ist ein 6er drin ja danke dir 3er droppt großes magazin ist ja noch langer schwarzer e-granate holt mir mal snackt 4k geradezu tannenbaum 215 da steht er still der turtle ist drin da ist nur welche es einer ist noch die bäude ist nicht mehr drin die müssen rauskommen oder sofort ich würde mal alles schmeißen wir die kappe ganz mach doch ich werde aus der ferne beschossen nein der smoke oh hab noch ihn getroffen mit der he kann mich einer holen mit draußen mit safe hinterher ein stück mauer außerhalb habe oben einen mit der he noch geholt danke dem wir müssen noch weiter da hinten ist ein airdrop da holt sich ein gerade oh die liegen ja lauter airdrops ne ich tu um kann man gleich nutzt boah ist ja in jeder kiste mit einer bz drinnen hier geil und davor gegen eine bz drinnen hier ich wollte es eigentlich weiter werfen rechts rechts von uns rechts rechts und links auf den drinnen hier gehen hier ist ein auto da ist einer den solltest du besser ausziehen du leuchtest wie eine kerze links über uns zwischen bei dir bei dir links von dir der war fünf meter neben dir ja ja das war der typ der hier im auto war der ist jetzt durch die zeit gestorben rücken auf dem feld genau dahinter bei markern liegt einer hinterm baum versuch turtle zu holen der markierte baum da war auf jeden auf personal kontakt immer noch blauer mark richtung blauer mark hat zwei personen einer liegt auf dem boden hier man am leben die liegen alle da beim blauen markern ich hab's eben noch hier sehen jetzt sehe ich sie grad nicht mehr ich glaub der mailsbruch deswegen leuchtet hier so ein bisschen durch die büsche hier hinten ist ein toter eine toten kiste ich leuchte hier wie ein irrer da kontakt blauer marker hinter uns ist einer habe ich gut zu heilen der ist tot einziglinger ich scanne weiter die gegend von uns nein wir sind zonenrand das ist eigentlich gut ist hier links neben mir einer kann das sein ja hier hier leute 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 könnt ihr mich holen zum ersten mal war thermalskop nützlich kann ich mich anschließen nö irgendwie nicht weiß ich nicht doch jetzt geht's aus doch ein das ist ein der ganze das ist die nicht die Guck mal, mir steht das ein ganzer Chef so aus Chicken.